Hululululu. Jetzt stellt die Kamera scharf. Konnichiwa, Bitches. Weiter. Ach, Moment, hier. Äh, nein, nicht aus. Warte, da, da bin ich wieder. Goddammit. Goddammit! That stupid fucking... Get the fuck out of here! It's me. Clem. Sorry, just... Give me a second. Ähm... Close the door. Can you believe this, Clem? I bring them a working truck, and they act like I just shit in their cereal. I knew Jane would have a stick up her ass, but I thought at least Mike would have more sense. He's turned out to be a real disappointment. Well, why can't we just leave tomorrow? Look, we got maybe a day's worth of food for that kid left. That's it. Clem, think about Rebecca and Alvin. I mean, what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you? A lot of folks died to make that happen. A lot of folks died to get us this far. We owe it to them to see this done. This is different. How? Where are we gonna find baby formula? I don't know, but sitting around here ain't a way. I wish Lee was here. What'd you think he'd say? I think he'd tell me, to try to keep the group together. We can't just give up on this kid. I mean, what's the point of going on after that? That's what people like Lee knew. And what people like Jane won't ever understand. Vielleicht ein eigenes Überleben? I know Wellington might be bullshit. But where there's smoke, there's fire. Krista heard about it too, right? You know, when I first saw you back at that lodge, I thought I was dreaming. And when you sat down next to me, and we shared that meal, well, I could tell, that you were different now. Grown up. I felt pride. A pride I hadn't felt in a long time. But I need you now, Clem. There have to be folks doing better than us. It's the only chance that child has. Something has to be out here. We'll find it, Kenny. I knew I could count on you, Clem. Look, we'll figure everything out in the morning. Na, guck. Ich kann einfach nicht mehr wirklich zu Kenny stehen. Das geht nicht. Weil sobald dem Baby irgendwas passiert, ist er halt wieder das übelste Wrack und rastet aus und keine Ahnung was. Das geht halt nicht. Das ist kein guter Umgang. Blödes Kabel. Moment mal, was... Wer war denn das? Ah, wo? Ah, shit. Willst du mit dem kleinen abhauen, Alter? Seid ernst jetzt? Mit unserem Truck? Und uns und das Baby einfach... Ah, ha, ha, ha. Oh, ihr seid... Oh mein Gott. Ihr seid so tot. Nein, tut ihr nicht. Nicht mit dem Truck, den Kenny repariert hat, Mann. Ey, da hab ich absolut kein Verständnis. Ich verstehe, dass ihr von Kenny weg wollt, aber was ist denn mit Clem und dem Baby und Jane? Hallo? Oh. All right, Clem. Now I'm gonna walk up to you nice and slow and you're gonna give me the gun, okay? And then we'll talk. Penny! Jane! Help! They're robbing us! No! Au, du dummer Idiot. Ich bereue es so, dass ich jemals Mitleid mit dir hatte. Na, ihr haut ihr... Oh, wenn ihr jetzt abhaut. Ich finde euch und ich bringe euch um. Langsam und qualvoll. Was hast du getan, Clem? Was hast du getan? Halt! Clem! Jetzt sag bitte nicht, die Episode ist vorbei. Bitte sag jetzt nicht, dass du... Hallo? Hä? Ach Gottchen. Baby Clem. Lee. Lee? It's just a bad dream, sweet pea. Oh. What was it about? Doug? He's bit. This isn't us yet. We don't know how this works yet. Maybe it's like a cold. His mom's a doctor. Maybe she can help him. Now I was a kid. I never got sick. But my brother always had something. He's going to die. I know it. You don't know that? Ach. Mittlerweile schon. I feel bad. Why? I called him a crybaby. When I hid the bug in his pillow. Oh, that's okay, honey. You didn't mean it. Lee? Hm? Why did Lily do that to Doug? I don't know. She was sad, Clem. I can make people angry sometimes. Have you ever been that angry? One time. I don't know exactly what. Clem, people don't always make sense. Why? How come? Because bad things happen to everyone. And it's hard to keep being yourself after they do. Do you think we should have let Lily stay? I don't know. I don't either. I don't know if we did the right thing. How can you tell? Well, it's not like math, Clem. Sometimes there just isn't the right answer. I hate math. Me too, sweet pea. But part of growing up is doing what's best for the people you care about. Even if sometimes that means hurting someone else. I don't want to hurt anyone. It's not that easy. I'm scared, Lee. What can I tell you to make it better? That you won't leave me. Oh, I wouldn't do that. I promise. Everything's going to be all right. Oh, man. Oh, man. Now let's try to get some sleep. Okay, Lee. Okay, Lee. Pipi alarm. Aw. On the left! Slow down! Shut up! Okay, wir haben den Truck. Was ist mit den anderen beiden passiert? She's awake! Ging die durch? Hey, you. Clem! Oh, thank God! You passed out from the shock. What happened? That piece of shit, Rusky shot you. We had to run the truck to keep you warm. How do you feel? It hurts. Couldn't find the bullet. Must have gone clean through. Okay. It'll burn a while, but you'll be fine. Those sons of bitches. I mean, I expected it from the Russian. But Mike? I could tell they were working on something. I didn't think they'd go that far. Yeah, well, who would steal our food and shoot a kid? Well, you never should have thrown in with trash like that in the first place. I should have done something. They took off on foot. Didn't get this puppy, thanks to you. Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find Wellington? You sure talk a lot of shit, but you got a better plan? We head south. Back to house. Carver's camp? The fuck kind of plan is that? I think Bonnie said there was more formula back there. And we actually know where it is. And it was overrun by a damn herd. I don't care where we go. Just please, stop arguing. She's the one that's going off. Because you won't listen to a thing I'm saying. What's that? You're talking into my bad ears, sweetheart. Jackass. Oh, I still can't hear you. Look, even if there is some place up here, it could take us weeks to find it. We could get back to house in a day. Tell you what, we can turn around just as soon as you pry this wheel from a cold, dead fingers. How's that sound? Whatever. I give up. Get your feet off the dash. Hello? Let's play a game, Clem. I spy with my little eye. An asshole. Your turn. Grow up. Go to hell. I'll pull this fucking car over. Go ahead. You want to die out here? Better than waiting to die next to you. Leave him alone, Jane. No, Clem, it's fine. Let her run her mouth. I am done playing games with you, Jane. Fuck you. You don't know a damn thing about me. Haltet eure Schnauzen. I know exactly what you are. Nothing. Nobody cares about you. And you don't care about nobody but yourself. That makes you nothing. What is it with you? It's your family, right? Don't. It is, isn't it? I'm warning you, you little shit. You're just another type A asshole trying to save a bunch of dead people. This isn't the time for this. No, this is exactly the time for this. Jane. You listen to me. You mouth off about my family and I will fucking end you. Jesus Christ, I'm so sick of this wounded warrior crap. Just pull over. I can't take this. What? Running away again? What a fucking shocker. In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Oh, God. Mach das doch nicht, wenn er fährt. God damn you, I love that woman. Who could love you? Look at you. You can't raise this kid. It's scared to death of you. Nobody who died is anyone's fault. We, we all wanted to be together and it just went bad. But we owe it to them to try to make the best of this. I'm sorry, Clem, but I can't put up with this bullshit anymore. Oh, the feeling's mutual. You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb. Schmeiß euch gleich beide aus der Kante und fahre alleine. Schau auf die Straße. Mein Gott. Oh nein. Okay, er hätte uns sowieso nicht mitkommen lassen. In dem Moment, wo ich geklickt habe, dachte ich mir, okay, vielleicht besser mitgehen, aber... Was soll denn das jetzt heißen? Ich hab gewusst, dass das kommt. Was ist das jetzt? Ich weiß, dass du mit ihm bist, aber... Kenny würde ihn nie lassen. Das ist unsere Chance, Clem. Wollt ihr nicht wissen, was es ist, dein eigenes Leben zu leben? Was? Hallo? Oh. Es ist snowing. Warum sind sie sich nicht? Sie müssen noch nicht k. Was? Weiß wir uns aus hier! Ich weiß nicht, wie wir fahren. Ihr gesehen? Das Pedal auf dem Boden? Kassi auf sie! Nicht einfach so sitzen da! Was? Was? Wow! Jesus! Ah! Fuck! Get out of there! The door is stuck! Shit! Shit! There are more of them! Move! Clem! Clem, hurry! Yeah, yeah, yeah! Get out! Hurry! Jane! Oh Gott, das... ...sau einfach noch nicht so schlimm aus hier! Oh! Oh! Weg! Super, jetzt sind sie alle weg. Jane! Hallo? Bei jedem Ladebildschirm habe ich Angst. Und wenn es schwarz ist, habe ich immer Angst, dass es vorbei ist. Okay, vielleicht hoffe ich es auch ein bisschen, bevor etwas richtig Mieses passiert. Da ist einer. Ich sehe ihn doch. Aber ich... ...nicht unbedingt... Aber wenn ich hier jetzt schieße... ...lock ich die ja alle an. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich sehe nichts! Oh Gott, ich hätte mein Bildschirm putzen sollen. Ich denke der ganze Zeit, der Dreck, der da ist. Und irgendwelche Silhouetten für Zombies. Hallo? Hallo? Oh Gott! Mein Herz! Oh mein Gott, das verändert mich ein bisschen an Journey. Aber da konnte man noch ein bisschen besser sehen. Sind wir hier nicht gerade eben erst lang gelaufen? Was ist das denn? Hallo? Was ist das denn? Nein da. Es steht jetzt aber keine andere Tür oder so. Es steht jetzt aber keine andere Tür oder so. So, und jetzt? So, und jetzt? Wo ist Jane? Wo ist Jane? Ja, natürlich. Sie hat ihn doch die ganze Zeit. Eigentlich hast du ihn bei ihr gelassen. Also jetzt? Oha. Da ist er. Ah, Moment. Scheiße. Oh oh. 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 Oh oh mein Gott. Er ist... Was ist denn zu? Nein. Nein. Oh! Er dreht jetzt durch. Es passiert genau das, was ich gesagt habe, wenn das Baby weg ist. Oh komm, schon müsst ihr euch jetzt betteln. Clem, bleib zurück! Du kommst nicht zu mir, du sonnige B****. Daddy! Geh die... ...fuck... 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 Stopp! Lass... ...ich... Jane! Mein Gott! Hörst ihr mit? Hört auf damit! Meine Güte! Ihr seid beide absolut... Fine. Kenny! Can we all just talk? Just sit down and talk! Words ain't gonna fix this! He's like out of all the two doors! Fucking kill you! That's fucking deal, huh? Had enough! Die Schusswolle blutet wieder! Hallo, könnt ihr mal bitte auf das Mädchen gucken? Die Schusswolle blöden Psychospasten, Alter! Nein! 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 Ich kann das nicht! Ich mach das nicht! Oh Gott! Oh Gott! Fuck! Kann ich... Kann ich... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Oh Gott! Ah! Nein! Oh Gott! Ah! Oh Gott! Ah! Okay, ich hatte... Was waren die Optionen? Ich könnte... Kenny machen lassen, dann stirbt sie, oder ich könnte ihn erschießen und sie überlebt. Das ist jetzt... Ich hab jetzt wirklich... Ich hab's die ganze Zeit kommen sehen. Aber ich dachte, das ist dann so... Ja, sie fragt mich, ob ich gehen will. Und er... Weiß davon nichts. Weißt du, so wie es die ganze Zeit schon war? Wie sie es immer angedeutet hat? Und jetzt dreht sie so total durch? Was ist denn los? Haaaah! Okay. Ich hab nen... Verdacht, was diese Aktion von ihr bewirken soll. Was das bringen soll. Aber wenn das so ist, dann ist es jetzt wirklich eskaliert. Ich glaub nicht, dass sie Kenny damit irgendwie umbringen wollte, aber... Ich weiß, das ist dann wahrscheinlich das Ende. Und ich werd's nicht so machen, euch beide Enden zu zeigen. Sondern ich mach jetzt meine Entscheidung und die ist dann fix. Deswegen gebt mir ein bisschen Bedenkzeit. Ich weiß, ich hab grad schon wieder überzogen, aber es ist fucking Staffelfinale. Da ist das okay. Und wenn ich jetzt Kenny überleben lasse und meine Theorie stimmt, dann wird das... echt scheiße. Aber auch wenn ich... Wenn ich Kenny erschieße, wird das echt scheiße. Ach, Mann! Ohhhh! God! Okay. Kenny ist ein verdammter Psycho. Mit diesem... Ne? Verwundeter Soldatenscheiß, wie's Jane schon gesagt hat. Ich... Aber Jane ist auch grade... Also das hätt ich... Die spielt irgendein seltsames Spiel grade. Und das ist... Finde ich ein bisschen... Unangebracht. Deswegen ist sie halt irgendwie auch voll Psycho. Und... Okay. Es ist grade echt wie im Film. Ich hör irgendwie schon die ganzen Sachen, die die beiden mir immer eingetrichtert haben. Und muss das grade in meinem Kopf irgendwie abwägen. Ich glaub ich... O.M. 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 Ich hab... Ich hab Kenny getötet! Entschuldigung. Scheiße, Mann! Ich habe vergessen zu bedenken, dass ich damit ja gehandelt habe und mir diese Handlung jetzt leben muss. Oh, das spricht doch nicht auch noch selber. Ich habe dich verletzt. Ich habe alle. Warum hast du mir gemacht? Ich bin sorry, Clementine. Wir haben fast das geschafft. Wir waren nahe, nicht wahr? Ich dachte, ich wollte das. Ich habe es so viele Mal gefragt. Jetzt, dass es passiert, ich bin Angst. Ich bin Angst, Clem. Es ist okay, Kenny. Du, du, du kannst Katja und Doug sehen. Du kannst sie wieder sehen. Oh, du bist immer gut für ein Schmerz. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Die hat das Baby nicht getötet oder dem Tote überlassen. Die hat es einfach versteckt. Ich habe es gewusst. Die hat einen Fall. Sie hat einfach so... Oh mein Gott, AJ! Die hat einfach ein Spiel gespielt. Die hat mich quasi gezwungen, jetzt Kenny zu töten. Du bist okay? Er ist alive. Ich verstehe, wenn du dich schmerzt bist. AJ war nie in any danger. Ich war nur... Ich versuche dich zu sprechen. Ich habe nur gedacht, wenn du Kenny so gesehen hast, wirst du ihn verletzt. Schau, Clem. Ich bin sorry. Ich glaube nicht, Kenny würde so weit gehen. Aber es ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt sicher. Wir sind alle sicher. Wir werden okay sein. Ich verstehe nicht. Kenny war gefährlich. Und ich brauchte dich, um das zu sehen. Eine Art oder andere. Was sagst du? Ich musste das tun, Clem. Du sahst, wie er reagierte. Ich musste dir zeigen, was er zu können. Es war ein schlusses Plan. Ich hätte nie lief zu dir. Aber ich dachte, es war die einzige Art, die du siehst. Ja, und jetzt ist er tot. Oh mein Gott. Kenny, du musst mich verletzen. Bitte. Wir können nur alles hinter uns lassen. Bitte. Ich habe es für dich, Clem. Für uns. Ey, die kann sich nicht alleine durch... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe es für dich, Jane. Danke. Und ich glaube, sie hatte das auch nicht so jetzt... Also dem brauch ich ein bisschen Happy End. Und das... Scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt auch das Ende. Ich packe nicht mehr davon. Für die nächsten Monate. Weh, es gibt keine Staffel 3, Alter. Das erste, was ich jetzt mache, ist mir reinziehen, was passiert, wenn man Kenny nicht erschießt. Bei irgendjemand anderem. Mein Gott, jetzt... Ich habe vergessen, mein Facebook auszum... Ich schnäuz mich jetzt in meine Pyjama-Hose, weil ich habe keine... Ich kann nicht mehr von hier sehen. Komm schon, die Tür da. Oh, Mann. Das ist alles voller Blut, Mann. Oh, oh. Come on. Es ist großartig. Ja, es ist. Ja. Warum? Wir brauchen Hilfe. Mein Untertitel ist nicht so gut. Was ist mit ihm? Wie ist mit ihm? Ja, es geht nicht. Es hat nur reingacht. Es hat nur eine upstream. Wir haben also eine Pause für mich. Wir haben auch ein paar Tage nach. Ja? Ja, we could help you. There's not that much food left. Please. We won't make it another night out here. Oh man, come. Flank jetzt. Look. I know you don't know us. And I know a lot of people out here say a lot of things. But I'm asking you. As a father. Please, don't turn us away. I don't know Clem. They could be anybody. Do we really want to go through this again? Please. We'll die out here. Just give us a chance. Give us a chance to prove ourselves. You won't regret it. I promise you. You have to let us in. Come. Come in. Thank you. Around the side. Erlaubt euch einen einzigen Fehler und ich schmeiß euch wieder raus, ey. You sure about this? This place is a mess. And I don't know how long that food will last. It'll take a lot of work. Maybe we can start something here, Jane. It's not much. But we'll make it better. Just keep your eyes on them. We'll be fine. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe, das war kein Fehler. Das sieht echt nicht nach bösen Absichten aus. Das sieht... Oh. Oh oh. Da sage ich's und dann haben die ne Waffe. Cool hat. Yeah, thanks. So, ist jetzt vorbei. Bitte. Alter. Viertelstunde überzogen. Oh man. Ich kann dazu gerade überhaupt kein Fazit abgeben. Das... Ja. Okay, krass. Die meisten sind tatsächlich, ähm... Hier, ne? Die haben die nicht reingelassen? Das... Das ist aber nicht nett. Hier da draußen. Okay, bei Luke ist es echt... Es ist wirklich, wirklich knapp ausgeglichen. Ansonsten bin ich wieder vorne im Mainstream. Oh man. Ich hab's geschafft. Ja, jetzt brauche ich ein neues Spiel, das mir die... Ach so, nein. Ich hab ja noch das Wolfsspiel. Wurfer Morgas muss ich ja noch machen. Ob ich das heute noch mache? Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich da stehen geblieben bin. Das ist... Das ist noch ein bisschen weiter hinten in meinem Kopf, als hätte ich hier das da... Boah. Aber... Ja gut. Jetzt steht da drüben... Also... Verdammt. Da drüben... Steht jetzt nächste Folge. Die wird's ja hier nicht geben. Also das... Ja. Ich werd das in Zukunft übrigens auch lassen, mit den Verlinkungen im Video und so. Ich baue vielleicht trotzdem noch Trailer ein, wie ich's jetzt ja bei neueren Projekten gemacht hab. Aber ich pack die Links dann einfach nur in die Videobeschreibung, weil... Ich... Ich mein, es ist zwar nett, dass YouTube das Feature hat, dass man im Video irgendwas anklicken kann. Aber... Ja. Es ist halt echt... Immer so ne Fummelei, dass bei jedem Video dann wieder da hinschieben und einstellen und... Das... Macht auf Dauer echt keinen Spaß. Und wenn man irgendwie den Tag noch was anderes machen will... Werde ich das jetzt in Zukunft bewegen lassen. Boah, krass, man. Ähm... Ja, ich hoffe, ich hab zu eurer Zufriedenheit entschieden. Ich... Weiß ja nicht. Ich gehör ja eigentlich nicht euch, ne? Ich hab ja immer noch mein eigenes Willen. Mal gucken, was mein Handy so spricht. Und wieder zurück in die reale Welt. Aber... Oh, man. Okay, ich hab ein Video von... Vögelnden Schweinen bekommen. Das wird mich jetzt bestimmt wieder auf den Boden der Tatsache zurückholen. Oh, man. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dieser krassen Überlänge. Die 40 Minuten mach ich jetzt noch voll. Lasst es mich wissen. Schreibt alles, was euch... Was ihr die ganze Zeit über nicht aus eurem Kopf rausgelassen habt. Schreibt mir das jetzt unter das Video. Lasst es mich wissen. Jeden Gedanken zu diesem... Zu dem, was hier abging. Holy shit. Und... Ja. Uns wird gedankt hier. Sieh das. Warte. Jetzt ist gleich weg. Plupp. Ich wäre echt traurig, wenn es keine dritte Staffel gibt. Und vierte, fünfte, sechste. Weil jetzt... Gebt euch mal bitte diesen Krassheitsschritt von der ersten Staffel zur zweiten. Das ist einfach so... Woah. Und jedes Mal erschießen wir am Ende unseren besten Freund. Das ist doch schon... Verdammt. Eigentlich hätte ich gar nichts anderes tun dürfen, als ihn zu erschießen. Weil... Tradition. Offensichtlich. Am Staffelfinale wird immer der beste Freund erschossen. Ja gut, die Credits sind vorbei. Ähm... Ich bin auch hinüber erst mal. Ich muss jetzt erst mal... Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ich muss ja heute noch Bier trinken gehen. Ja, 16 Uhr. Das geht. Kein Bier vor vier. Das heißt, ich mach mir jetzt gleich erst. Ich brauch jetzt auch dringend Alkohol. Alles klar. Lasst mir euer Feedback da. Bewertung, Kommentare. Hoppa, hoppa. Und wir sehen uns dann im anderen Let's Play. Oder dann in der dritten Staffel. Oder... Ich bin ja auffindbar, ne? Es gibt ja genug Videomaterial, wo man mich sehen kann. Also ich... Ich kann euch ja sowieso nicht sehen. Ich tue halt immer nur so. Bis dann. Trollt euch. Jetzt seht ihr nix mehr, ne? Das heißt, wir sehen uns jetzt... Ich kann... Egal. Tschüs! ... ...